Und nun das Kalenderblatt. Heute vor 75 Jahren starb Melena Jensgeska. Hören Sie über die tschechische Journalistin einen Beitrag von Doris Liebermann. Sie ist ein lebendiges Feuer, wie ich es noch nie gesehen habe. Dabei äußerst zart, mutig, klug. Und alles wirft sie in das Opfer hinein. Oder hat es, wenn man will, durch das Opfer erworben. So beschrieb Franz Kafka seine tschechische Freundin Melena Jensenska. Als seine Liebesbriefe an sie 1952 in New York erschienen, wurde die Adressatin über Nacht berühmt. Aber nicht einmal ihr Nachname war in der ersten Buchausgabe erwähnt. Es sollte noch Jahre dauern, bis auch ihre Biografie bekannt wurde. Melena Jensenska war eine begnadete Journalistin mit einer großen Empathie. Ich würde sagen, sie ist so ein weiblicher Egon Irwin Kisch. Sagt Alena Wagnerowa, ihre Biografin. Melena Jensenska war eine außergewöhnliche Frau. Elegant, mondän, emanzipiert und eigenwillig. Sie wurde am 10. August 1896 in Prag geboren. Ihr Vater war Professor für Zahnmedizin an der Karls-Universität. Ihre Mutter starb früh. Sie begann ein Medizinstudium, ging aber lieber ins Prager Literatencafé Arko, wo Schriftsteller wie Max Broth, Franz Werfel und Johannes Ursidil verkehrten. Hier traf sie ihre erste große Liebe, den Bankangestellten Ernst Pollack. Der Vater war empört, als er von dem Verhältnis mit einem Juden erfuhr. Nach einer Abtreibung ließ er seine Tochter mit Gewalt in ein Sanatorium schaffen. Melena durfte Ernst Pollack heiraten, musste aber mit ihm nach Wien ziehen. Als ich nach Wien kam, war ich ein kleines Mädel, konnte kein Wort Deutsch und hatte keinen Heller. Pollack ließ mich in der fremden Stadt auf dem Bahnhof alleine und ging zu seiner Geliebten. Es war eine Zeit der Not, geprägt vom Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs. Melena lernte sich zu behaupten und schrieb für Prager Zeitungen Feuilletons über das Leben in Wien. 1919 lernte sie Franz Kafka kennen. Sie wurde seine erste Übersetzerin in eine Fremdsprache, ins Tschechische. Beide führten eine Liebesbeziehung nur in Briefen. Ihre Briefe an ihn gingen verloren. 1925 kehrte sie nach Prag zurück, nun als anerkannte Journalistin. Sie schrieb über Mode, Lebensstil, Architektur, lernte den Bauhausarchitekten Jaromir Krejzar kennen und bekam von ihm eine Tochter. 1931 trat sie der Kommunistischen Partei bei, konnte sich der Partei Raison aber nicht unterwerfen. Weil sie die Rechtmäßigkeit der stalinistischen Schauprozesse in Moskau anzweifelte, wurde sie ausgeschlossen. Im Café Metro sitzen lauter Stalinisten. Bis jetzt sprach ich mit ihnen und sie mit mir. Jetzt haben sie aufgehört, mich zu grüßen. Seit Mitte der 1930er Jahre strömten Verfolgte des Naziregimes aus Deutschland nach Prag. Melena schrieb politische Reportagen über die Situation der Flüchtlinge, die Verfolgung der Juden, die Sudetenkrise. Über Prag liegt eine schreckliche Depression. Die Menschen beginnen müde zu sein von den Ratschlägen, von der Stumpfheit. Der deutsche Sender schreit schreckliche Dinge heraus. Als die Wehrmacht 1938 das Sudetengebiet, 1939 die restliche Tschechoslowakei besetzte, half Melena Jesenska verfolgten bei der Flucht vor den Nazideutschen. Und da erinnert es mich viel an sie, an eine unheimlich ruhige, tapfere Frau, die alles gemanagt hat, die Menschen getröstet hat, gleichzeitig mit großen Organisationsteilen die Fluchtwege mit anderen immer wieder geortet hat. Im November 1939 wurde Melena von der Gestapo verhaftet und in Dresden vor Gericht gestellt. Im Prozess musste sie wegen Mangels an Beweisen freigesprochen werden. Anschließend wurde sie in das Konzentrationslager Ravensbrück überführt. Nach dem Krieg berichteten Überlebende, wie Melenas Freundin Margarete Buber-Neumann, dass sie den mitgefangenen Frauen Kraft durch ihren Lebensmut und ihre Anteilnahme gab. Sie musste die Kartei der Geschlechtskranken verwalten, fälschte Daten und rettete so unter Lebensgefahr mehreren Frauen das Leben. Melena Jesenska starb am 17. Mai 1944 an den Folgen einer schweren Nierenerkrankung. Sie wurde 47 Jahre alt. Die Gedenkstätte Yad Vashem ernannte Melena Jesenska 1994 zur Gerechten unter den Völkern. Doris Liebermann erinnerte an die tschechische Journalistin Melena Jensetska, die heute vor 75 Jahren starb.